Und damit herzlichst willkommen zu mal einer Runde mit... Ach, genieß den Soundtrack. Commanden Konga der Larmstufe Rot Teil 3. Davon wird's auf jeden Fall mal mindestens drei Gefechte geben. Drei Stück, warum? Es gibt drei verschiedene Fraktionen. Das Land der aufgehenden Sonne, die Alliierten und die Sowjets. Runde eins machen wir definitiv mit den Alliierten. Und ich hoffe, ich stelle mich nicht so dämlich an. Denn es ist schon echt eine Ewigkeit her, dass ich ein Echtzeitstrategiespiel gemacht habe. Ja, von daher... Puh... Und wird das nicht sehr einfach werden. Ausbildung. So. Das sollte sie sagen, definitiv für den Anfang an Soldaten. Ungeeigneter Baupunkt. Ja, ja, ich weiß. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Du gehst da rein. Also, das da hier sind so einnehmbare Gebäude. Dummisch. Ansonsten wird ich da einen Schnür hinschicken. Naja. So. Ja, wie es einfach für die Runde oder für die Playlist auch geht, für die Videos, ist es hier ein Fun-Game. Sprich, ich werde hier nicht allzu sehr auf das Spiel eingehen. Äh... Ja. Sollte, denke ich... Also... Ja, äh... Keine Ahnung. Hauptsache, irgendein Schwachsinn gerade mal am Anfang herumstottern, um zu tun. Oh mein Gott. Ich habe noch nie ein Let's Play gemacht. Ich kenne mich doch gar nicht aus. Das war ein Fehler. Da wird mir die Energie nicht leisten. Leisten. Langen! Ehrlich. Es läuft, es läuft, es läuft. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Bis jetzt. Ich weiß noch nicht, wer mein Feind ist. Es wird noch eine extrem stressige Angelegenheit verschanzt werden. Wir könnten ja unseren Spezialpunkt mal machen. Die verbesserte Luftfahrt bestätigen. So, du, mein Freund, fährst dann direkt mal da rauf. Ich weiß, ich habe nur ausgezeichnete Ideen, mein Freund. Bauen wir ins Wasser rein. Das geht ebenfalls. Die erweiterte Freigabe hätte ich gerne. Dann hätte ich eins, zwei, drei, vier davon. Zwei davon, zwei davon. Oh, das könnte, es könnte, es könnte, es könnte, es könnte nicht gehen. Das ist ein Kraftwerk. Machen wir mal fünf Panzer. Luftfahrt brauche ich da natürlich noch. Einmal da rein, einmal da rein. Kraftwerk, das ist natürlich immer schön. Unzureichende Mittel. ISV erwartet Befehle. Der ist fertig da oben, das ist sehr gut. Ja, war... Die richtige Maustaste zu drücken, wäre mal ein Anfang, ne? Das macht mir bisher Sorgen, dass der Feind sich noch nicht gezeigt hat. Ich meine, ich sollte vielleicht nicht... Was führt Sie denn hierher? Sie wollen mal wieder verlieren, habe ich recht? Nee, ich wollte dich um ein Date bitten, aber jetzt bin ich sauer. Mein Gott, aggro. Ja, genau, das meine ich aber auch. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Was macht er, äh, macht... Ja, natürlich, klar, natürlich auch machen. Wie wäre es, wenn du mir mal einen Panzer bringst? Und dann, jo. Oh. Ja, der Sammler wurde angegriffen. Sehr schön. Ah, Mist, ich hätte meine Fahrzeuge vielleicht etwas mehr in der Reichweite, äh, meines Reparatur-Docs. Und dann, jo. Davon gibt's noch mehr. So. Hätten wir das auch wieder. Ist natürlich ein Ärgernis, das immer wieder aufzubauen. Wie immer einsatzbereit. Oh, haben wir einen Panzer einsatzbereit? Er will mehr, das kann er haben. Da habe ich nichts dagegen. Verteidigung. Guardian Panzer ist bereit. Gentlemen, fangen wir los. Hallöchen. Jetzt seid ihr verliegend. Es ist natürlich jetzt schade, dass ich ausgerechnet natürlich von einer anderen Dame, ähm, beziehungsweise von den Alliierten angegriffen werde. Das hat zwar jeder so seine Einheit. Guardian Panzer einsatzbereit. Ja. Positiv sein. Die Sonne-Einheiten. Ich glaube, sie ist für Bodeneinheiten. Und hier gibt's noch einen für Luft und einen für Marine. Alarmstufe. Die Alarmstufe-Reihe allgemein bei Command & Conga ist ja die einzige, bei der man auch Marine bauen darf. Alle anderen Teile unterstützen das ja nicht, ne? Äh, Generals nicht. Und Command, ähm, ja, Command & Conga. Haha. Die Links-Reihe sagt man es. Die Tiberium-Reihe unterstützt das ja auch nicht. Das haben wir überlegen. Da oben kann ich dann auch machen. Die wollen da hin. Das lasst uns natürlich nicht zu. Oh, gut, okay. Da hin. Das geht auch. Äh, machen wir mal zwei Morage-Kranze. Das ist mir sehr viel wert. Verteidigungsministerium. Dafür brauchen wir nur Slot-Find-Masis. In Ordnung kriegst du... Wir machen den... Genau. Einen Schuss. ...unzureichende Mittel. Umfährsball. So, den lassen wir da oben. Nehmen wir mal auf die 2. Sehr schön. Luftwaffe. Wenn wir schon verbesserte Luftwaffe haben, dann nutzen wir die natürlich auch. Draußen 500... Aber die Energie ist mir dafür einfach... Ja, zu gering. So. Abgeschlossen. Äh... Machen wir da hin. Alles schön weit auseinander bauen. Das ist sehr wichtig. Es sankt mittlerweile gut aus. Ja, komm, wir machen. Äh... Äh... Ja, gut. Das sind nur... Nur in Anführungsstrichen Soldaten. Dagegen haben wir ein Mittel. Ich hätte zwei von denen liebend gerne. Weil geht. Unser Stützpunkt hat angegriffen. Ja. Okay. Schießen wir den Feind in die Steinzeit. Schießen wir ihn mal in die Steinzeit. Ja, das ist... Okay. Bau abgeschlossen. Ich dürfte da oben noch ein paar rein. Schießen wir den Feind in die Steinzeit. Äh... Wo baue ich denn das hin am besten? Hm. Neue Bauoption. Ich möchte das natürlich schon, so weit es geht, auseinander haben. Ja, dafür brauchen wir halt einen Haufen. Also, das ist eine super Waffe. Die möchte ich gerne haben. Und die Chronosphäre. Haha. Die benutze ich immer als Drecksack mäßig. Äh... Bauen wir noch eins? Bauen wir noch eins. Sollte gehen. Aber Einheiten vielleicht auch. Das wäre nicht schlecht, ne? Äh... Ne, ich warte mal mit den beiden, ehe ich jetzt nach vorne rücke. Mach mal da hin. Auch wenn es gefährlich ist, was ich da mache. Äh... Zweieinhalbtausend... Ja, meinetwegen. So. Burschi. Sehr gut. Ja, ich hoffe es, dass es bereit ist. Was war das? Das war genau. Umschalten. Ich kann jede Einheit doppeln nutzen. Also... Jede Einheit hat halt zwei Funktionen. Entweder Arm, Schießen oder wie hier... ...breiteres Tarnfeld. Er bleibt dann allerdings und ist danach sichtbar. So ist er eben unsichtbar. Ich kann das immer ein bisschen mehr zeigen, ne? Werde zum Baum. Habt ihr das gesehen? Ganz kurz. Oh, Baum. Baum. Feindliche Einheiten entdeckt. Beide im Bereich. Feindlicher Stichwort. Sie sehen. Solange er fährt, ist er natürlich sichtbar. Ist sehr klärchen, ne? System bereit. Bleibe unauffällig. Äh... Warnung. Protonen-Kollider geortet. Alter. Nein. Werde zum Baum. Ha, 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 ha. Er ist ein Baum. Ihr seht ihn nicht. Äh, toll. Super. Anstelle, dass ich meinen natürlich rechtzeitig da aufbaue... ... ... ... ... Okay. Ich würde sagen, wir kümmern uns gerade mal um diesen... ... ... ... ... ... ... ... ... Chronosphäre? Chronosphäre. Chronosphäre. Ne Chronosphäre geht immer. Ähm... ... oder die Dinger da, die sind natürlich auch geil. Ja. 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 Ich hatte anfangs so ein bisschen Bedenken, dass Mittel, äh, zu leicht ist. Ich würde, nein, jetzt übernimmt er das da unten, ne? Schaffst du das? Nein, er schafft es natürlich nicht. Das war ja klar. Ihr Wunsch ist uns wichtig. Echt? Ich liebe diese Kanone. Wupp. Es hat zumindest ein bisschen was von, ähm, der Ionen-Kanode. Okay, das nächste Mal muss ich definitiv etwas schwerer machen. Ich war mir beim Mittel nicht sicher, aber ich glaube, sie ist auch so von allen mehr oder minder die Einfachste. Ich will natürlich so ein bisschen was stehen lassen. Ich will die Superwaffe zeigen, weil das nächste Mal werden wir ja mit einer anderen Fraktion spielen. Ist das ein bisschen enttäuschend, ne? Ja. Ein klein wenig, ja. Wir frühen ihn mal ein. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ähm, du kannst in der Tat was für mich tun. Mal die Konnoßere nämlich aufbauen. Ne, das natürlich nicht. Gib mal her. Hab ich... Ich hab doch gut Luftwaffenstützungen. Äh... Apollo-Jäger müsste ich gebaut haben. Eine Einheit wird angegriffelt. ISV erwartet Befehle. Erwartet Befehle. So, machen wir mal so. Das kann ja nichts Großartiges sein. Die frieren hier meine Einheit. Nein, das ist nicht nett. Brauchen immer so lange, bis sie wieder aufgetaut sind. Voller Satellitenzugriff. Oh. Schließen wir den freundlichen Steinzeit. Ich wollte gerade sagen, was soll der Scheiß? Jetzt muss ich drei Minuten warten. Echt? So. Machst du das Team mal kaputt? Ach, Hauptsache ich darf den Crew starten. Bin einsatzbereit. Hab ich dir erlaubt, dass du eine neue Panzerfabrik aufbauen darfst? No. Voller Satellitenzugriff. Hab ich nicht... Ich darf nur den Feindchen nicht zu sehr vernichten. Ähm... Ja, doch vernichten. Ah, weg da! Ihr Wunsch ist uns wichtig. War ich das? Einsatz verloren. Vorbild auf Leitung 2, Sir. Wird überwittelt, Sir. Wird angegriffen. Danke, bleiben Sie dran. Signal empfangen. Oder war er da? Äh, sie das? Ich glaube, sieh, ne? Schlimm, schlimm, schlimm. Nee, nee, du, ey. Das gibt's ja gar nicht. Krieg ich mich ja gar nicht mehr ein. So. Und ich war der Meinung, das ist vielleicht ein bisschen zu knüpflich. Ach, ha, ha. Hm, Protonen-Core, leider. Mein Gott. Machen wir einfach dann nochmal auf, äh, schwer eine Runde mit den Alliierten. In der Hoffnung, dass das Ganze so ein bisschen spannender wird. Oder besser wird, natürlich. Ähm, das hier war ja... Also, viel zu einfach. Viel, 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 viel zu einfach. Oh, Mann, das tut weh. Ist das denn unbedingt nötig gewesen? Ja, du hättest mir einen Kaffee bringen können. Oder, ähm, ahem. Okay, dann war es das für die erste Runde. Wenn wir es halt mal als kleinen Appetit haben. Ähm, mehr war das jetzt echt nicht. Das ist... Ich hab mit vielem gerechnet. Nur damit wirklich nicht. Okay. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba.